Viele Strafrechtler wären glücklich, wenn es ihnen gelänge, das ganze Strafrecht abzuschaffen und durch irgendetwas Besseres zu ersetzen. Wobei natürlich jeder von uns zugibt, dass es ihm recht wäre, wenn diese sensationelle Erfindung erst nach seiner Pensionierung geschehen würde, denn man will ja nur das Strafrecht abschaffen, aber nicht sich selbst. Aber noch ist es niemandem gelungen, etwas Besseres zu finden. Keine Gesellschaft ist ohne Strafe ausgekommen. Immerhin dieses Unbehagen an der Sache, mit der man sich beschäftigt, das unterscheidet Strafrechtler von Ärzten, Pfarrern und anderen, die immer gebraucht werden und immer Gutes tun. Ins Grübeln kommt man aber vor allem über den Spruch, Verbrechen lohnt sich nicht. Kann man ruhig mit einem Fragezeichen versehen, mit einem skeptischen. Wenn man liest, welche gigantischen Schäden durch Wirtschaftskriminalität, über die wir ja heute sprechen wollen, angerichtet werden sollen und wie wenige Fälle aufgeklärt werden, vor Gericht kommen und schließlich dann vielleicht damit enden, dass nichts mehr zu holen ist, dann fragt man sich schon, wo das viele Geld bleibt und ob es nicht bei den Falschen hängen geblieben ist. Also muss man die Wirtschaftskriminalität noch energischer bekämpfen und das ist ja auch schon seit etwa 30 Jahren das Anliegen des Gesetzgebers und der Justiz. Nun möchte ich Ihnen also erklären, wie das funktioniert, ohne dass wir zuvor über die Grundregeln des Strafrechts überhaupt gesprochen hätten. Nicht ganz einfach, aber es wird schon gehen. Wenn Sie zum Orthopäden gehen, weil Ihnen das Knie weh tut, muss der Ihnen auch nicht erst den ganzen menschlichen Körper erklären. Manchmal, das kündige ich gleich an, wird es wohl sinnvoll sein, wenn wir schnell mal ein zweites Fenster aufmachen und etwas Grundsätzliches einblenden. Sie wüssten nun gerne, was Wirtschaftskriminalität eigentlich ist. Ehrlich gesagt, ich auch. Noch ist es niemandem gelungen, diese Art von Kriminalität einigermaßen präzise zu definieren. Wenn wir von Jugendkriminalität sprechen, dann meinen wir Delikte, die von Jugendlichen begangen werden, die Umweltkriminalität erfasst Taten gegen die Umwelt. Mit dem Ausdruck organisierte Kriminalität sind bestimmte Formen und Begehungsweisen von Verbrechen gemeint. Was aber heißt Wirtschaftskriminalität? Sind das Delikte, die von der Wirtschaft begangen werden, also aus der Wirtschaft heraus? Oder solche, die gegen die Wirtschaft gerichtet sind? Oder sind es Taten, die durch wirtschaftliche Verhaltensweisen und Organisationsformen gekennzeichnet sind? Ich kann nur mit Ja antworten, es trifft alles zu. Nehmen wir als Beispiel die Korruption. Korruption wird aus einem Unternehmen heraus begangen, aber sie richtet sich auch zugleich gegen dieses Unternehmen und sie richtet sich auch gegen die Wirtschaft. Es ist, das war unser drittes Merkmal, auch eine bestimmte wirtschaftliche Verhaltensweise, nämlich, wie ich die Korruption definiere, ein Tausch von Vorteilen unter Verstoß gegen Regeln. Wirtschaftskriminalität, das ist nicht nur in der Umgangssprache ein ganz diffuser und schillernder Ausdruck. Auch mit wissenschaftlich anspruchsvollen Methoden lässt er sich nicht auf den Begriff bringen. Das eine einzige Merkmal, dass die legale wirtschaftliche Tätigkeit, die riskante, glänzende, erfolgreiche Unternehmung abgrenzt und unterscheidet von der illegalen Machenschaft, von der gefährlichen, dunklen, kriminellen Entscheidung, dieses eine Merkmal gibt es nicht. Man hat es lange gesucht, aber nie gefunden, der Vertrauensmissbrauch ist es nicht, wer vertraut schon der Preisbildung der Ölkonzerne zum Beispiel, der Machtmissbrauch ist es ebenfalls nicht und die Kombination verschiedener Elemente führt ebenfalls nicht recht weiter. Noch in den 70er Jahren, als die öffentliche Entrüstung über Wirtschaftskriminalität gerade ihren ersten Höhepunkt erreicht hat, hat es Versuche gegeben, die Taten durch den Täter zu beschreiben. Das war zu einer Zeit, als sich in der Kriminologie, das ist die Wissenschaft von der Entstehung und den Ursprüngen des Verbrechens, zu einer Zeit, in der sich in der Kriminologie die Einsicht durchgesetzt hatte, dass es den typischen Räuber, den typischen Mörder, Betrüger und so weiter nicht gibt. Ausgerechnet zu dieser Zeit hat man das Phantombild des typischen Wirtschaftskriminellen gezeichnet. Man sah da einen machthungrigen Egozentriger mit überragender Intelligenz, gewissen intimen Schwierigkeiten, vielleicht psychischen Auffälligkeiten. Nachdem diese ärgerlichen Banalitäten vom Markt der Meinungen verschwunden waren, ja, da blieb als Bild des typischen Wirtschaftskriminellen eines übrig, das viele von uns morgens beim Rasieren im Spiegel sehen, so um die 40, verheiratet, nicht vorbestraft. Es ist nun mal so, dass sich der eine hier, der seinen Vorteil anständig sucht und jener andere dort, der die Leute unanständig übervorteilt, dass die beiden sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Das alte Schema, wonach der Kriminelle der Andere ist, das funktioniert nicht. Und zu dieser traditionellen Vorstellung gehört außerdem, dass der Verbrecher nicht nur der Andere, sondern vor allem auch der Untere ist, der Angehörige niedriger sozialer Schichten. Dieser bequemen Gesellschaftslüge hat das Schlagwort White-Collar-Crime ihre kurzen Beine weggezogen. Der amerikanische Kriminologe Sutherland hat 1949 für diesen Knalleffekt gesorgt, in allzu simpler gesellschaftskritischer Absicht übrigens, und damit eine Bewegung ausgelöst, die mit der üblichen Verzögerung schließlich auch in Deutschland angekommen ist, hier die Charts der öffentlichen Entrüstung gestürmt hat und schließlich zu Reformen geführt hat. Man hat diese Strafrechtsreform in Angriff genommen, ohne genau zu wissen, was Wirtschaftskriminalität nun eigentlich ist. Und als man dann gesehen hat, dass es sich dennoch ganz erfolgreich bekämpfen lässt, hat man sich nicht weiter um das Definitionsproblem gekümmert. Und auch wir wollen uns nun von dieser Frage verabschieden. Es ist im Grunde immer ein Scheinproblem gewesen, weil es in Wahrheit um etwas anderes ging, um das richtige kriminalpolitische Konzept nämlich. White-Collar-Crime, der Name war Programm. Das Programm bestand zunächst schlicht darin, die Großen zu hängen und die Kleinen öfter mal laufen zu lassen. Inzwischen haben sich die Verhältnisse übrigens umgekehrt. Inzwischen muss man eher dafür sorgen, dass die Großen nicht nur deshalb gehängt werden, weil sie die Großen sind. Aber das war ein Ausflug von den 70er Jahren in die Jetzt-Zeit. Kehren wir zurück in die 70er Jahre, als die Reform in Deutschland begann. Dazu musste man zunächst die Strafverfolgung effektiver organisieren. Man richtete Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Wirtschaftsstrafsachen ein, stattete sie aus mit wirtschaftswissenschaftlich gebildeten Fachleuten, die in der Lage sind, den wirtschaftlichen Sinn und vor allem den kriminellen Hietersinn von komplizierten Buchungstricks, verschachtelten Gesellschaften, dubiosen Geschäften zu durchschauen. Und außerdem sorgte man durch die Bildung von, die Einrichtung von Wirtschaftsstrafkammern beim Landgericht dafür, dass sich richterlicher Sachverstand akkumulieren konnte. Die Zuständigkeit dieser Staatsanwaltschaften und Gerichte musste natürlich irgendwie beschrieben und geregelt werden. Und so kam es zwar nicht zu einer Definition von Wirtschaftskriminalität, wohl aber zu einem pragmatisch ganz brauchbaren Ersatz zu einer Liste von Strafgesetzen, nämlich deren Verletzung vor den Wirtschaftsstrafkammern verhandelt werden sollte. Bei Betrug, Untreue und den Bestechungsdelikten, klassischen und besonders häufig auftretenden Taten, entschied man sich für eine, naja, positiv gesagt, vornehm ausgedrückt, salomonische Lösung. Die kommen nämlich, diese Delikte, vor die Spezialkammern, wenn, ich zitiere aus dem Gesetz, zur Beurteilung des Falles besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich sind. Vor allem aber, fand man, müssten neben diesen organisatorischen Vorkehrungen dringend neue Strafgesetze her, um den neuen Machenschaften einer wenig ehrenwerten Wirtschaftsgesellschaft energisch begegnen zu können. Ich berichte in Kürze, in einem ersten Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität vom 1. September 1976, da wurden die Konkursstraftaten, wie sie damals noch hießen, neu gefasst, die Straftatbestände des Subventionsbetrugs und des Kreditbetrugs neu geschaffen, ich komme auf beide zurück. Im zweiten Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität von 1986, da ging es vor allem darum, auf die Computerkriminalität zu reagieren, den Schutz vor Kapitalanlagebetrug zu verschärfen und den Missbrauch von Scheck und Kreditkarten eindeutig zu regeln. Neuerdings sind Vorschriften über den Insiderhandel hinzugekommen und es ist die Geldwäsche unter Strafe gestellt worden. Zu beiden Tatbeständen werde ich später auch noch etwas sagen. Nun kann niemand sagen, dass alle diese Gesetze unnötig gewesen wären oder dass sie schädlicher als nützlicher sein, das nicht, fragen muss man aber, was der Gesetzgeber reformiert und was er deformiert hat, welchen Regeln diese Reformen eigentlich folgen und wo aufs Ganze gesehen die Reise hingeht. Unsere Ansichten über Strafrecht und Kriminalpolitik sind offenbar im Begriff, sich grundlegend zu ändern und das Wirtschaftsstrafrecht, das ist zugleich der Motor und der Indikator dieser Entwicklung. Ich möchte diesen Wandel am Beispiel der neuen Straftatbestände ein bisschen nachgehen und ihn deutlich machen.